Ab dem 1. September 2014 ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung liegt in Münster-Nienberge. Das im Jahr 1994 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Dachgeschosswohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 59 m². Die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung beläuft sich auf 609 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Die Dachgeschosswohnung Die Dachgeschosswohnung Bis zum nächsten Mal.